Ein Buch! Damit wir nicht ganz genoist-cancelt sind. Oh, über die Umbra-Hexe. Ach, da muss ich mich erstmal wieder ordentlich hinsetzen. Genoist-cancelt, Alter. Genoist-cancelt, ja. Genoist-ge-cancelt. About the Umbra-witches Part 1. The Hexens has the talent. To this finish. I am coming years after deep äh, 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 greifend... Forschungen. Deep-griving nach... After-Forschungen. Oh, nein. After-Forschungen, Alter. Das geht in die Analysen ein. Analyse. Sogenannte After-Forschungen, auch bekannt als Analysen, über die Umwelt gelangt. Das sind drei Zeilen, das ist ein Satz. Ich kann mich an kein deutsches Wort erinnern. Das Wort, der allein lässt bei uns vorschnelle Gefühle, vorzeitige Gefühle des Paranormalen oder übernatürlich wie aus. Doch in der alten Stadt galt die magischen Kütze als konsequente Wissenschaft. Gleichgewohl wird das, was ich über die der Hexen erfahrene habe, ne? Von den restlichen, von den restlichen Wellen als Betrug abgetan. Was? Ich... Raff hier ja nichts mehr. Zaubereis Humbug! Wir lesen jetzt wieder ordentlich so, ne? Ich will zu Ihnen diese Aufzeichnung mit eigenen harten Fakten zu den Hexen aufraten. Zunächst ist aber anzumerken, dass ja fälschigerweise oft angenommen wird, dass die Hexen ausschließlich einem Orden entstammen, deren Mitglieder durch Erbrechen bestimmt werden. Halt! Doch ist dies nicht immer der Fall. Doppelpunkt! Äh... Um zu einer Hexe zu werden, muss man vor allen Dingen über unglaublich starke Energie die Geisterenergie verfügen. Wer immer diese Gabe besaß, konnte zur Hexe werden, auch wenn man aus niederem Geblüt stammt. Und diejenigen ohne die Kraft wurden zu einem profanen Leben betrieben. Und wenn sie zu einem Hexen gehören... Ach, also... Okay, es geht also theoretisch darum, dass jeder kann Hexe werden, Hauptsache man ist halt krass. Ja, Talent! Das ist hier wieder die innere Power, weißt du? Die sich wahrscheinlich... Ich möchte ja hier nicht prophezeien, dass da bei der Bayonetta noch was rauskommt. Aber, also... Kommt bestimmt noch was raus. Ja? Ja, guck! Ist irgendwas? Dieses Tor ist versiegelt, es wurde lange nicht genutzt, und ja dann... Kann wir hier mal nicht irgendwie trotzdem durchgehen? Wahrscheinlich... Kann ich nicht, also vielleicht... Also... Fuß schnitten, Hand flinten, Fuß flinten, Hand flinten. Wie war das damals? Da war doch auch so eine kaputte Statue. Wie war das damals? Na, die haben wir automatisch zusammengebracht. Wir sind doch von hier gekommen, oder? Kann man hier nicht mal ein Richtungspfeil einbauen oder sowas? Für besonders dumme? Ja! Oder irgendwie einen Mode einstellen, wo man einfach automatisch läuft? Wo man einfach nur noch den Controller hinlegen muss? Muss hier irgendwie Hexenzeit akzeptieren? Irgendwie tut mir Nils von vorhin leid. Wir müssen uns bei ihm entschuldigen. Ja, wir entschuldigen uns ja nachher, wenn wir zu spät kommen. Äh... Kann wir bitte, nur noch über Dinge reden, die mit dem Spiel... Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ja, ja, du hast schon da... Was, er, er wehrt ab. Ist klar. Instant-Gegner. Und meine Energie der Zauberei ist auch schon wieder... voll vom Kopf. Auch schon wieder zwei Sonne Überviecher. Ja, die kriegst du doch, Alter. Ja, der hat mich noch her. Guck mal, den einen schälst du schon wieder schön. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Der nächste kriegt einen Folterangriff. Der wollte schon wieder abwehren. Oh, das Rinder. Oh, schön. Und PAM! Oh, ganz viele Serialien. Die gesunden Frühstücksserialien. Ich habe übrigens letztens gedacht, ich muss mein linkes Ei tatsächlich verkaufen. Ich hatte doch anfangs gesagt, ich würde meine linken Hoden dafür geben, wenn man ein Spiel mit Dante und Bayonetta kriegt. Okay. Und... Ja, ist das cool. Eine zerbrochene Moodperle. Oh, da ist er wie mit den... Wie, jetzt ist er weg? Da ist er jetzt... Was ist das denn für ein Scheiß? Warte, warte mal. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Noch eine dieser Wände, die ich mit meinen magischen Fähigkeiten bewegen kann, da auf der anderen Seite schneiden. Und ich glaube aber hier... Funktioniert das? Alter. Komplette Verlichtung von allem, was gut und wand ist. Ah! Ja, habe ich mir nämlich gedacht. Schweinerei ist das. Da muss man nämlich hier drüben erst wieder die Hexenzeit aktivieren. Ich dachte, ich probiere es mal so. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das war ja klar. Mittlerweile... Warum ist denn die... Laaaaaauuuuuff! Lauf vor allen Dingen schneller! Also ich könnte ja mal die Hexen... Sie läuft aber auch komisch, ne? Nackt läuft sie vor allen Dingen. Ja, aber sie läuft auch so... Ne? 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 Ganz ehrlich, könntest du auf den Schuhen anders laufen? Das ist doch nicht mein Problem! Meine Güte! Ja... Das ist doch auch ein fieser Kerl! Ja... Aaaaaaah! Hahahaha! Hast du ihn geschafft! Boah, knapp, aber ich sag mal so! Wir lernen dazu, lieber Frodo! Ja, 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 ja! Wir gehen, glaube ich, tatsächlich zu dem Ups, der war Tierurium. Ne, da hätten wir die andere Seite nehmen müssen. Ach, da fliehen wir nachher noch rüber, sag ich dir! Genau! Mach mal auf, das Ding hier! Ja, man könnte ja die Tür auch normal aufmachen, ne? Ja, das wollte ich auch grad sagen, weißt du? Das ist ne Hexe, die muss wieder mal wieder ne Extravurst! Gestehen, da haben wir gesehen, da war was! Spielfehler werden die Schmutz finden in der Hand! Boah, der Controller hat wieder haptisch mitfibriert, als das Mädel durch den Stürch ist! Kann ich vielleicht auch mal mitfibriert! Ach so, dann kannst du mal hier... Ach so, aah, ja, hier, Echtwild, ne? Das hat man ja grad eben im Schatten nicht gesehen, dass das nur ein Kind war! Das ist ja eine Katze! Das hat man ja grad eben im Schatten nicht gesehen, dass das nur ein Kind war! Das ist ja eine Katze! Das ist ja ein bisschen Gay-Girl! Das ist nichts gegen homosexuelle Menschen, aber ich glaube bei uns... Wir sind uns ja einig, dass wir da nicht sind! Ja! Nach letzter Nacht! Jako! Ich hab dich letztens... Wie war das? meinen fast gar nicht hipsterigen Mitbewohner genannt! Du hast gemerkt über die letzten neun Teile, dass du das... ... oder über die Bessel, dass du das nicht los wirst! Du kannst jetzt nicht hier anfangen mit so einer Scheiße! Es gibt schon genug Homogerüchte mit LeFloid! Mit denen ich mich rumschlagen muss, ja? Oh, yeah! Nein! Das hat er auch! Jetzt... Ah! Der ist uns natürlich jetzt egal, weil wir ja in der richtigen Welt sind! Und der frisst dir jetzt alle auf, pass auf! Om nom 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 nom! Cool! Ach, das sind die Augen der Welt! Du machst es aber auch nicht besser, indem du mir deinen vibrierenden Controller an die Schulter hältst! Ich wollte nur, dass du auch was davon hast! Ja, entschuldige! Der haut zu doll rein! Das ist völlig... Soll ich eventuell wegnehmen? Also es ist wieder der... Der hat mich vor allen Dingen... Ey, Alter! Das ist... das ist... unklar hier! Kannst du voll vergessen! Vor allen Dingen, bleibt da stecken! Anstatt dass ich jetzt einfach mal von... Ah, rotlingender Schoß! Den hatten wir letztes Mal schon bei dem, ne? Mach mal wieder einen, ja! Ja, den... Boah! Ey, du bist wieder voll! Ja, rotlingender Schoß! Ah, so! Okay! Wie ich wieder aufpasse, ey! Ja, ich wollt grad sagen, das müsste jetzt aber Hexenzeit geben! Wieso ist der denn jetzt schon wieder vorbei?! Vielleicht könnt ihr das irgendwie kontern oder so! Wie geht das irgendwie nicht? Ah, Mann! Ne, das ist der Haut! Jetzt kann er sich bitte mal verpissen! Vor allen Dingen, wenn... Ah! Er ist aggressiv bei so ne Scheiße! Ey, er ist doch nicht mehr! Ich weich doch schon aus und ich mach doch schon und... Warte mal, wir berühn mal! Wir berühn mal! Jawoll! Wir können Energielutcher machen! Ja, geil! Und zwar machen wir gleich mal den vollgroßen, oder? Hau rein, ey! Boah! Mega Kräuter, Lutcher! Weißt du, was wir auch machen? Jago, was hab ich gesagt, was du machen sollst, wenn die Gegner zu stark sind? Ah, du sollst, äh, das, ähm... Genau! Den rechten... Na? Stick! Stick! Ne, Steuerkreuz, oder? Ja, ist aber fast das gleiche! Wir wollen mal hier politisch... Wir machen vor allen Dingen jetzt... Mach ihn mal nicht im Spiel! Wir setzen den hier ein! Und jetzt gibt er vier Riech, hier volle Schnüts! Riech! Auf den Sarg jetzt hier! Pameli, 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 Pam! Das sieht ihm immer noch so... Ey, das muss klatschen! Los! Mach mal! Voll Asi, Jakob! Richtig! Nehm das, du Hässlon! Alter! Was ist denn hier schon wieder los? Der fliegt mit der Scheißkirche weg? Alter, komm schon! Das ist... Komm schon! Wirklich! Und der zweite müsste sich natürlich auch noch rein! Natürlich! Der erste hängt trotzdem noch drin, wie ich so... Boah! Sind wir da drin? Ich hoffe nicht! Doch! Das Quicktime Event habe ich geschafft, glaube ich! Ich hab doch auf das Viereck gedrückt! Ich muss mal lernen, wie man hier einen Moll-Akkord spielt! Wie spielt man hier einen Moll-Akkord? Ich greife den Akkord... Und dann greife ihn halt ein... Achso, dann ist ja kein Akkord, was du da greifst! Ey, den muss ich jetzt aber nicht komplett normal, oder? Schlagen, 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 treten! Ah, wir können ab hier anfangen! So, pass auf, jetzt Viereck! Come on! Ab hier ist es... Ja! Willst du mich verarschen? Ich frage dich! Sag mal, willst du mich zerwaschen? Keine Ahnung! Ich bin einfach nur noch... Ich bin nur noch frustriert! Okay, pass auf! Du guckst jetzt mal hin! Okay, wenn es sich geändert hat, dann habe ich halt grad Viereck gedrückt und das war falsch! Aber wenn es sich nicht geändert haben sollte, habe ich Viereck gedrückt und das Spiel ist ein Arschloch! Achtet mir mal drauf! Da war überhaupt kein Viereck! Ja, pass auf, da jetzt! Ich habe den Daumen schon drüber gehabt vorher! Und das geht jetzt in den Kommentaren bestimmt wieder los! Oh, du bist so ein Kack-Mongo! Ne, ne, das geht jetzt schon los! Mann, du bist so ein Kack-Mongo! Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Wir könnten das Let's Play jetzt noch zu einem letzten Guck im Internet machen! Ne, komm! So, jetzt soll ich jetzt mal... Timing oder jetzt schon Viereck? Oh, man muss nicht gedrückt halten! Ach genau! Ja geil! Tausend Gigatonne! Und BAM! Rotz! Voll vor den Kopf! Man muss es gedrückt halten! Wie wär's David? Jedes Mal, wenn irgendein Knopf irgendwo erscheint, muss man ihn drücken! Und das war's! Hier muss man ihn gedrückt halten! Ey, wir haben irgendwas geschafft! Und vor allem... Davor kriegen wir auch nochmal einen Punktabzug! Eine Steinauszeichnung! Ich find' geil, dass die Posen sich auch verändern! Ja, das ist total cool! Und vor allem bist du gerade dick! Das ist sehr schön! Ich glaub' nicht, dass sie das ist, weil sie... Oh, nee! Wird schon wieder, ey! So, Mystery gibt 10 Punkte! Dann schieß' ich gern mal drauf! Gut, ich hab' ja Zeit, ne? So, auf was will ich denn schießen? Ich will mal auf... Ich will so'n Mystery mal irgendwo kriegen! Ach so, dem ist die Musik auch wie grad Schweinehäte! Ja, wir haben auch schon mal keine Musik! Das ist ein Schießen überhaupt! Ich drücke schon wieder... Oh, jetzt muss ich noch mal treffen, Alter! Kopfschluss! Oh, du... Mensch, Mensch, Mensch! So, wir brauchen noch einen Spaltenschuss! So, als Kopfschluss oder... So, so ein Engel? Mach' mal... Mach' mal... Mach' mal so'n Ei! Ist das schon so'n Ei geknallt? Ne, aber ein Ei bringt ja nur drei Punkte! Habe ich jetzt theoretisch mit nem Kopfschluss so'n Vieh kriegen können? Ach so, von den Punkten konnte man sich ja nichts kaufen! Sondern man bekam... Blaues Hexenherz! Nur im nächsten Kapitel wirksam! Ja, vor allen Dingen hast du nur 23, Leute, du konntest ja gar nichts kaufen! Aber was? Äh, Punkte! Ja, aber jetzt mal ernst! Wieso ist der nur 70? Wieso kostet der 70? Der ist voll billig! 5000 Goldringe ist ja nur nicht viel! Wieso? Ein blaues Hexenherz ist wahrscheinlich, wenn wir in goldene Mondperle... Ach so, wahrscheinlich, wenn wir dann wieder in unserer Traumzauberwelt da rumdaddeln! Ganz kurz! 70 Punkte musst du bezahlen für einen rot-grünenden Schuss! Ja? Wenn ich die jetzt tausche, würde ich für 70 Punkte 7000 kriegen! Ein rotglühender Schuss kostet aber nur 5000! Ja, das ist halt einfach ein Abzockerspiel! Die zocken uns ab hier! Das ist ja, weil die das Angebot haben, ich kann ja jetzt nicht in die Hölle! Die Gates of Hell kann ich ja nicht immer! Jaaa, toll! Ach ja, da war ja was! Alle brennt! Komm jetzt, kommen jetzt wieder die... Ah ne, ich dachte jetzt kommen wieder die... Wie lange spielen wir denn eigentlich schon wieder? Ah, ich gucke mal nach! So... 56! 51! Ja... Ich glaube dafür muss ich mir auch ein unauffälligeres Zeichen als... Wie lange spielen wir denn schon wieder? Stimmt! Apropos unauffälliges Zeichen... Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, ja! Jaaa... Gerade in so einem Ladebildschirm kann man das ja mal... Ja richtig! Und aber ich kann dir versprechen... Grüsterchen! Grüsterchen! Zeig mal wieder wie man fehlen kann! Wollte ich gerade sagen... Story die du erzählst, die lustig ist! Target acquired! Target acquired! Ja! Ja! Ja!